hallo und willkommen zum zweiten teil von dead island und wieder sind mit dabei der punko als mb und der svenny als logen und matthias als seyvian xian seyvian klingt besser ja okay so beim letzten teil haben wir ja punko aus versehen aus versehen und wir werden sehen ob beim zweiten teil ihn wiederholen können oder ist er schon tot oder wir werden sehen aus versehen sagt er wollte einfach nicht mehr mitkommen das kann man jetzt legen wie man will okay ist geblieben wieso auch immer genau okay fangen wir an unser alten spielmännle einzuholen wir werden die sozusagen die charakter aus dem ersten teil importieren nur dass wir mit den leveler anfangen genau mit den fähigkeiten ich nehmen den einfach mit rein mehr so mehr importieren sozusagen boah ist ganz schön laut so ich und votieren ruhe hier waren wir schon mein name ist perna und i'm gonna tell you about the worst bloody holiday ever i was at the royal clans resort on the north working as a bodyguard for some arsehole ceo i figured once he left the island i'd have a good week to relax on the beach enjoy a my tie or two but no that wasn't to be as i woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived a local lifeguard by the name of cinema saved my life soon after that i discovered i was immune to whatever this plague was i met a few others who were immune and somehow we were all elected to save everybody else there was sam b a one hit wonder hip-hop star from the states logan an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on him and shin a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone i had ever seen together we went to morseville to try to gather more supplies and from there things really went to hell the army tried to contain the infection but they were bloody useless benoy itself was totally isolated it was pretty clear we were on our own at this point we just wanted off that goddamn island and that's what led us to that maximum security prison you see some dickhead colonel by the name of rider white lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague well that cure ended up turning white into a giant bloody mani luckily we hooked up with a prison we were off that goddamn island at last and everyone we tried to save back on benoy we spotted that naval vessel just in time as we were just about out of petrol we couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven huh oh ok monarch so vt bit 11 mid The ship's been compromised. If you're down in the hole, I'm opening all the cell doors. I'm better get the hell out of here while I still came. Ah, ich kann endlich spielen. Jetzt noch? Ja, ich auch. Ja? Ja, ich hab mir das Video komplett angeguckt. Ja, ich doch auch. Sollen wir richtig hier umgucken? Oh, sind mehrere Räume? Was ist hier schönes drin? Oh, sehe ich doch einen Schlamm. Hey, bist du doof? Ist doch Wahnsinn, wie so laut ist. Vibe, jetzt steh auf! Cool, was geht das? Mann, Vibe, jetzt steh doch mal auf! Achso, ich kann ja nicht. Was denn los, liegst du auf den Boden, wa? Nee. Oh, was ist denn los? Oh, hier liegt ja was. Was denn? Ja, ich kenn ihn. Ich brauch ne Waffe. Die Alte hat gesagt, ich brauch ne Waffe, ich soll ne Waffe suchen oder sowas. Ich hab eine. Ich find keine. Ich hab eine gefunden, einen Brech einzeln. Ich auch! Sollte ich da durch? Ich glaube nicht. Warte mal, wo war Taschenlampe auf Tenor? Ja. Oh Gott. Hier ist überhaupt keiner auf dem Schiff, kann das sein? Doch, ich bin auf dem Schiff. Ja, sag mal, wo bist du? Oh. Oh. Ähm, ich verweiß es nicht. Ich find ja Gott sei Dank ein anderes Schiff, weil ihr mich ja zurückgelassen habt. Oh, ne Bergbank. Ah, die nutze ich erstmal. Ich hab ein Brecher, ich hab ne Schlagstock gefunden. Ich hab ne Schlagstock gefunden. Ich hab ne Schlagstock gefunden. Ich hab ne Bergbank gefunden. Ich hab ne Bergbank gefunden. Ja, da bist du fast genauso weit. Hey, ich bin hier aufgestiegen. Und wieder? Och, was ist hier los? Jetzt bin ich gefallen und hab Schaden gekriegt. Mhm. Mh. Das ist ja mal kein Feuer. Ihr wisst doch wo... Wo, ähm... Was denn wo? Wo das Feuer ist, oh? Ja, da bin ich auch gerade. Hast du auch das Medipack? Wo war denn das... Ja, ich hab glaube ich eins eingesammelt dort. Einen Stock hab ich gefunden. Das ist ein Schlagstock. Ich hab alles Feuer aber eigentlich gelöscht. Ich hab kein Geld, ich war doch reich. Ich auch eigentlich. Ha, das hab ich alles... Habt ihr alles zurückgelassen auf der Insel? Selber Pech. Ich gehe hin. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab ein zweites Medipack gefunden. Ich hab was anderes gefunden. Freunde. Ja, ich hab zwei Medipacks jetzt. Ihr rumpelt alles. Ich hab ein großes Medipack gefunden, cool. Oh Gott. Oh Gott. Ah, hier ist Feuer. Da würde ich dir empfehlen, guck dich ganz gut um, weil dort ist ein Medipack drinne. Im Feuer, ne? Ja, im Feuer. Musst aber holen. Ich geh mal reingucken. Ach, du bist blöd. Also, wie gesagt, ich hab zwei Medipacks gefunden. Die kleine sind ein großes. Und ich hör einen Schläger. Oh, ich hab Waffen gefunden. Oh, ich will meinen Katana wieder haben. Oh, in Medipack 2 Medipack 2. Oh. In Auf und Ab hier. Ach, hier liegt was. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü oh hier brüllt ja einer drücke H um dich zu heilen ich hab die auch mal nur geklaut von den oh hat der mich weggeschnitzelt sind meine freunde lasst sie mal dort geh weg, durch oh mal, oh hat der mir was ha, man kann immer noch treten, ja, aha nicht klar, was hängst du denn? wo muss ich jetzt hin? wo muss ich jetzt hin? na komm ist schon einer raus von euch? ne 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 ich bin gerade in der Cafeteria wie es aussieht in der Cafeteria? da bin ich noch nicht ne, da geh ich nie lang ist hier noch was auch dasselbe, naja ach hier ist ein Raum voller Wasser, das sieht ja geil aus hier jemand da? beim Essen gestört ja, toll das wollen die von mir ja, das ist geil, sie sind zu Trongel gestorben echt? ja okay, weißt du seit die Stoller verloren oh, es gibt sogar noch nie hier oh, da ist ja einer hey oh, da ist ja einer hey Hackebeil oh, jetzt bin ich gefährlich oh, ich hab noch zwei Windclips gefunden, cool wow, ich hab einen neuen Freund gefunden hier ist einer, hallo ist das derselbe? der bei dir ist? haben wir dieselben Freunde? ne oh, du dumme Sau oh oh, ich hab einen neuen Affenhaufen gefunden ich muss mal gucken, ob er hier besser ist hier wird das wieder sein, oder? hier wird das wieder sein, oder? oh ich hab einen Haufenwerfen zu Hause oh hammer oh 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 geil wo war das Inventar auf Ihnen, oder? I wieder bei mir war es besser, glaube ich bei mir war es besser, glaube ich jetzt oh, was ist hier los? Stufe 44, ich geh krachen, halt ich bin erst 42 Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, huch ist auf die Burne, geht kaputt ja, ja, ich muss ja gucken, was noch geht hier an dem Schiff wow, da kann ich auch mich voll abschrocken war immer so innerlich hinter mir und hat mich angetippst oh Gott mach die, Leute ich hab eine bestimmte Waffenfertigkeitsstufe gekriegt bloß eins ich bin gerade in in den Wasserareal, wie es aussieht höh? ja, da ist hier ein Viertel mit Wasser gefüllt oh, da ist schon Karol Och, die schwimmen hier am Baden, die haben's gut wo muss ich denn hier hin? kann ich denn Rad was machen? ne muss ich dich mal umgucken hier ne, ich denk ich muss hier weiter hier geht's los hier geht's los hier geht's los hier geht's los ich wollte nach nem Weg fragen und schon bin ich bin ich doof, oder was? willst du jetzt ne Antwort drauf? ja Och, ich bin, ich bin oben ich komm hin, ich und ich hab ne Waffe toll, ich weiß ja nie wo ich hin soll ja, ich weiß ja nie wo gerade wo du bist ich bin oben boah Boah, was ist hier los? ne Welle hat mich gleich zurückgefuckt hier boah also, bei mir könnt ihr noch ein Stück drauf warten ich weiß ja nicht wo ich hin soll unten auf der Karte ist da kein Wegpunkt bei dir ach, die Karte hab ich ganz aus acht gelassen ja Ja, vielleicht hätte man auf die Karte gucken sollen, was? Ja, besser ist es. Hey hallo ihr, wo geht's denn lang? Ach, die Karte habe ich total übersehen. Die wollen mir den Weg nie sagen. Echt nie? Hey, wo geht's denn hier lang? Ich bin nicht so langweilig, die Penn immer ein, wenn ich mit dem reden wollte. 1,390... So. Och, das sieht nie gesund aus wie das hier ist. Oh, ich hätte ja mal gekocht gehen sollen, was? Ach, da ist ja noch so ein Freund. Oh, voll die Wellen und hier und... Immer in die Fresse. Wo seid ihr? Ich lasse mal hier die ganzen Türen zu machen, dass hier kein Wasser reinkommt. Wo seid ihr denn jetzt ungefähr, könnt ihr das sagen? Unten noch? Du kannst ja mal warten. Ich bin... Ich bin noch oben, ich bin jetzt oben, also... ...auf dem Deck. Wo ein Haufen neue Freunde sind. Hallo! Oh, ich hab... Oh, ich hab keine Munition. Ja, meine Fertigkeiten mal ausprobieren. Ob ich sehe, ob dies mal besser ist. Ja, das sieht schon mal besser aus. Jetzt bin ich im Wasser. Ja, da bist du mit dem Sven fast gleich auf. Ich bin ein kleines Stückchen weiter. Ich bin ein kleines Stückchen weiter. Paulus, du wirst, dass ich im Wasser bin. Weil du gerade gesagt hast, dass du im Wasser bist. So. Und ich bin ein kleines Stückchen. Ich bin ein kleines Stückchen hier unten. Geil! Die jubeln mir zu. Oh! 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 Medizin! Medizin! Oh! Ist das nicht eigentlich so, dass deinem Schiff das Wasser draußen bleiben muss? Äh, du kannst doch jetzt meinen, dass das gehen. Du für komische Schiffe! Hallo, ich seh... Oh Gott, hier ist einer. Oh, wir sind hier oben schönes. Oh, ein Film kommt! Stop! What about them? They're your problem now! You can't just leave them here, they're civilians! Why were you? I worry about your own survival courage! Pfff! Oh, das geht nicht! Du, Film vorbei, gut! Vor immer wollte er Hilfe, ja, ja! Jetzt haben wir euch! Was ist das da weg? Nein! Ja! Das lenkt mich ab! Wir haben einen Kurs, wir müssen nach der Brücke kommen! Ja, wir haben noch ein Problem! Wir haben Kumpel hier! Oh, das ist super! Gut! Ach, eine Welle kommt hier! Das ist ein Schrein! Das ist die Titanic, oder was? Ach, leck mich doch! Nee, so nie! Nee, würde ich nie! Ihr seid doof! Ich doof, wenn ihr reden, hast du gesagt, legt ab! Null, das legt ab! Ja, gesagt! Hey, irgendwie! Seid ihr schon draußen? Ja! Werde? Wie ist das hier mit dem Waffenwechsel? Was soll denn das für nichts? Doppelklick bitte draufdrücken! Oder rüberziehen! Nee! Nee, ich dreh am Mausrad rum, die Waffen so sortiert kommen, wie ich es haben will! Was ist das für eine Musik hier?! Dich habe ich doch gesehen, du so Dinger! Ich gehe krachen! Nöööö! Das ist ja halt geiler Start ist das! Warum so kompliziert?! Was? Wokum Was nenn ich jetzt? Oh, ich denke ich nenn mal die wahrscheinlich Ey, was ist denn hier für ne Scheiße? Ja, jammer doch niemand rum hier Doch, kann ich Hallo Captain! Was ist denn das hier? Uh, cool Ja Cool Oh, ich hab glaub nen Fehler gemacht Ja? Ich hab nen Captain erschossen Echt? Wem hast du erschossen? Den Captain Muss das? Ich wissen Ich werd's mal ummachen Nein, was passiert jetzt? Oh 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 Ich hab schon mal das ganze Fleisch auf, falls wir dann wieder nen Dinner machen wollen Ja mach Also Also Ich bin nicht böse sagen, mein Schiff ist untergegangen Hallo Ja, hier beim Tschüss So Look after Here beim Vielen Dank.